Willkommen zurück zu PixelJunk Shooter Ultimate Auge um Auge in der Episode Lichter aus und was da auf uns wartet, das schauen wir uns jetzt mal an oh Gott und das scheint nämlich auch die finale Episode zu sein von PixelJunk das heißt wir gehen ganz stark auf Grand Finale zu und wir müssen ja natürlich auch Diamanten naja, super wieso kann ich die wieso kann ich die denn nicht einsammeln da unten oder muss ich erst Licht anschalten aaaah die greifen uns nur an wenn es dunkel ist aaaah der ist ja raffiniert das heißt wir müssen uns ein wenig aaaah ein wenig beeilen wir müssen uns ein wenig hier bahnen ohne dass wir uaaah uaaah ok also so schon mal nicht wir dürfen nicht zu lange im Dunkeln sein das heißt wir müssen oh das wird ja das wird ja lustig dann da oben ist auf jeden Fall ein Schalter das Ding ist im Dunkeln zu stark wenn es schwach ist sollst du es ok so schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen jaja ist klar das heißt wir müssen erstmal versuchen da oben durchzukommen weil oben kommen wir anscheinend nicht so was können wir hier machen oh 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 ok ja natürlich unsere altbewährten Kollegen kommen natürlich auch wieder das ist klar wenn es um zu stark ist soll das ist mit einer Drehung versuchen ah mit einer Drehung versuchen ok so geht's nicht lang ah da unten ist noch ein Kollege den nehmen wir noch mit ah die Tür ist offen gegangen und direkt scheint auch Licht rein das wird mich aber trotzdem nochmal umsehen gab's denn hier noch irgendwo uaaah nein 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 ah nein jetzt hab ich Mist gebaut Mann so ein blöder Mist den Diamanten ist es aber auch dann schwer dass man die im Dunkeln dann wahrscheinlich nicht so gut sieht ja mit einer Drehung hat's ja nicht ganz funktioniert nimm den Lappen aus dem Bild ich seh nichts so also weise es für uns jetzt ab nach oben ins Licht den Schalter mit T-T-G-E-N äh ja so und vielleicht ein Diamant ah da oben ist aber ein Kollege von uns aber wo könnte denn hier noch ein Diamant sein da oben ist natürlich der Ausgang nachher die Musik ist doch sehr beruhigend grad wieder und äh hab ich doch eigentlich schon in den letzten Folgen mal erwähnt gehabt ja ich glaub schon ne ich glaub hundertmal und so dass mir der Soundtrack richtig gut gefällt und ich hatte übrigens letztens ne äh bei einer Folge wenn ihr diese Folge seht dann ist ja glaub ich schon mittlerweile schon Juli und ich nehme neben Juni auf ähm ich hatte ein eine Folge hatte ich ne Übereinstimmung mit Drittanbietern aber das war totaler Quatsch wegen dem Soundtrack irgendwie was ah ah da ist ein Diamant da drüben sehr schön ja das bringt nochmal das ganze nochmal ein bisschen interessanter zur Geltung das ganze ah da oben ist schon mal der Ausgang oh da bin ich mal gespannt was für ein Endgegner auf uns wartet und was ist hier das ist eine Lichtlampe oder eine Lichtblume ja sehr schön achso okay man kann die nur einmal mitnehmen dann muss man hier unten wieder eine neue mitnehmen oh da fühl ich mich nicht so alleine dunkel ja hier ist hell hier ist hell hier bleibe ich hier bleibe ich oder auch nicht oh hier wird es dunkel äh okay dann soll ich doch nochmal die Lampe da mitnehmen oder das Blümchen ich bin davon ausgehen was wir hä nein der schießt mir auch noch die ah er schießt mir auch noch die Lampe kaputt gibt's denn sowas oder das Blümchen ja meine Lampe nennen wir es einfach mal Lampe meine Lampe so ich schießt mir meine Lampe kaputt ey gibt's denn sowas ich will doch nur hier runter damit ja oh oh jetzt hab ich einen Fehler gemacht glaube ich kann das sein ich hab die Lampe verlassen aber musste ich ja oh 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 da ist ein Diamant hallo hallo nein 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 ich kann nichts machen ich konnte auch nochmals den Diamanten aufnehmen das heißt ich muss die Lampe mitnehmen zum Diamanten und dann den Diamanten auch mit aufnehmen okay gut zu wissen schon mal und das wird nicht einfach glaube ich dieses die folgen jetzt hier das ist glaube ich das schwerste von allen aber ich würde ja nicht Reflex heißen wenn ich es nicht schaffen würde so jetzt müssen wir gucken dass wir erstmal unsere Passagiere mitnehmen so genau dann nehmen wir uns ein neues Lämpchen da unten uah sind das Augen? ja das sind Augen und dass der eine uns da nicht wieder irgendwie was abschießt dass wir den erst erledigen ach dann bleibt das da an ah jetzt jetzt ah jetzt 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 schnall ich's ah ich glaube man kann mit dem mit der Lampe da alle drei oben aktivieren ob ich das richtig sehe oder? ja und dann auch hier natürlich werde ich erstmal die erledigen somit haben wir da oben schon mal Licht gemacht so ah ist cool das ist ein cooles Feature hab ich nicht gedacht dass da noch so was kommt ab nach unten aber da läuft er ja ist mir egal Hauptsache ich hab den Diamanten und ich kann jetzt hier raus und ich jetzt zwei Crewmilk-Gitter verloren hab ist mir das auch egal das ist mir auch total latte ha ha Hauptsache ich muss nicht wieder ins Dunkle ich hab Angst im Dunkeln hallo ich hab Angst im Dunkeln ganz gewaltige Angst ich geh auch gut gerne im Keller ich muss da immer pfeifen okay das war ein bisschen doof so oh was ist das denn okay mh scheint ja weg zu gehen oder ein jemand haben wir so also ich hab irgendwie so das Gefühl dass das dieser Bereich jetzt hier diese Level die letzten Level hier so richtig so zum entspannen sind so zu sagen so ah jetzt ja jetzt schaffst du es komm ich da rum ne okay dass sie so richtig so zum entspannen sind und so sagen oh ja du hast es jetzt bald hinter dir und viel kommt ja nicht mehr nicht wahr das ist noch der letzte Abschnitt den du jetzt schaffen musst woher nicht mehr so viel kommt vielleicht ein bisschen nachdenken ein kleiner Reflex den jemand noch mal nimmt so aber wie komm ich denn da unten jetzt hin äh ich hab hier kein Licht ich hab hier kein ja toll hä ich da oben rein da oben ist noch Licht ja 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 hallo hier ist Licht hallo 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 ich bin okay von dem Schattenwild das würde ich euch eiskalt niedermachen eure Scheißschattenwelt Scheißschattenwelt würde ich jetzt niedermachen werdet ihr alle sehen ihr hattet eure scheißkleine Pisswäldchen niedermachen so was habt ihr denn Reflex jetzt habt ihr den Reflex soweit jetzt habt ihr den Reflex soweit ja 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 jetzt habt ihr den Reflex soweit jetzt habt ihr den Reflex soweit ja hallo so wer ist jetzt hier mit Licht hallo hier ist Licht so und was schießt er so was ist hier oben Bonusraum Bonusraum ist immer gut Bonusraum ist immer gut so jetzt wollen wir erstmal Licht hier ja wollte mich aufraschen ne aber sonst geht es euch gut ja was macht er denn da man ach das sind gar keine Lichtquellen dazwischen das zählt gar nicht als Lichtquelle sehe ich das richtig ah da ist ein Diamant da ist ein Diamant da ist ein Diamant oh ich muss raus hier oh weg hier ist dunkel hier ist so dunkel hier ist so dunkel so das zählt gar nicht ich dachte das zählt als Lichtquelle diese Zwischenpunkte aber das ist ja gar nicht ist ja gar nicht wahr so dann aber jetzt schleunigst raus hier vorsichtig das nochmal anders überlegen so Wahnsinn aber da freue ich mich ja jetzt schon auf auf den finalen Bosskampf wenn das jetzt schon so schwierig ist da war ein Diamant anscheinend da haben wir die Lava freigeschossen ähm die Frage die ich mich jetzt stelle was bringt uns das jetzt gar nichts oder? oder wie? kann man damit was machen? ne hä? wo geht's denn hier noch überall hin? ah ok achso achso was ist das? oh äh da ist ein Diamant ne 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 lass mal schön lass mal schön bleiben bleib mal schön in deinem dunklen Loch da so den nehmen wir auch mit oh sorry da war glaube ich noch jemand ja der hockt ja noch da oben auf dieser Kante glaube ich uah schnell weg hier so oh das ist auch dynamisches Licht das ist natürlich auch cool das können wir dann immer so ein bisschen so hey das kann aber ganz schön ins Auge gehen da ist ein Diamant nein 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 genau und ich würde gerne komm wie kommen wir da hin? gar nicht ok da unten stehen zwei Kameraden die nehmen wir mit geht's hier irgendwo lang? hallo 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 haaa 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 hey cool hast rein geil wow 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 das ist natürlich ein cooles Feature also das bleibt mir richtig gut da oben da oben aber Diamanten habe ich jetzt noch nicht gesehen also irgendwie so ein Diamanten mäßig irgendwie das hier doch da unten ist einer aber wie kommen wir da hin? wie kommen wir denn da unten hin? ah hier ja natürlich 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 nur die Augen offen halten hier unten vielleicht ein Bonuslevel? nein hier vielleicht ah da oben ist einer mit einem Fähnchen aber hier ist ein Bonuslevel der wird wahrscheinlich auch ein Diamant sein oder? ne aber der Typ wir müssen ein paar Fortunen dazu bringen in diesem Schiff herum zu springen die Dunkelheit ist unser Feind wieso? weil sie uns beobachten die Geister dieser verlorenen Zivilisation die sind immer noch hier sie lauern in den Schatten und warten auf uns ja ich will die gar nicht kennenlernen diese Schatten und diese Monster aber ist hier kein ich kein kein Diamant? tatsächlich nicht wo ist denn der letzte dann? wo ist der verflug der letzte Diamant? das ist echt so eine beruhigende beruhigende Musik gerade ja dann war es das jetzt Diesel im Hetler und ich höre nicht Reflex wenn wir auch direkt das nächste Level spielen was? 53? habe ich das jetzt richtig gelesen? machen wir tatsächlich 53 insgesamt von den Diamanten benötigt ich schätze 395 und wir haben 342 oh müssen wir jetzt echt alle sammeln dann dafür machen wir mal den Fackelträger als nächstes aber das wäre natürlich blöd dass wir dann oder dann das letzte Level wirklich komplett einmal alle Diamanten sammeln muss das wird ja nochmal Zeit in Anspruch nehmen Bonus Level? nein das heißt ich müsste dann nochmal privat nochmal also außerhalb des Let's Plays nochmal mich bemühen die ganzen Diamanten einzusammeln nur um dieses Level freizuschalten hätten wir mal von Anfang an alle gesammelt alle aufgesammelt naja konnte ich das vorher wissen konnte ich das ahnen nein natürlich nicht aber da ist ein Diamant nehmen wir mal mit einen Kollegen nehmen wir auch mit ach damit füllen wir achso okay ah da ist die Lichtquelle die füllen wir damit auf also jetzt verstehe ich es auch äh müssen wir jetzt hier lang oder oder müssen wir wieder zurück weiß ich gar nicht Fackelträger hallo da läuft Lava lang das müsste hier heller werden ja wollte ich auch schon sagen also aaaah jetzt weiß ich warum es Fackelträger heißt so zwei von drei Diamanten wie kommen wir denn jetzt da wahrscheinlich jetzt hier lang heiß ja hier ist sehr sehr heiß aber kein Diamant hm das müssen wir es jetzt nicht doch da oben ist einer ich seh ihn ich seh ihn ich seh ihn da ist er yes ganz schön heiß hier ganz schön hot hier hot hot summer hot summer so drei von drei Diamanten sehr schön damit haben wir die schon mal und jetzt dann kommen wir doch das ist doch das ist doch irgendwie ne da müssen wir ja da lang ach so das ist ja nur die Fackel ne stimmt ja wir müssen ja anscheinend nur die diese erscheint ja nur diese Fackel da war ich sehe überhaupt nichts ich sehe nur noch Wasser und und fliegende Exkremente bei mir gehen natürlich nicht aber wie kriegen wir denn da das Tor auf äh ah alles klar ja ja schon kapisch schon kapisch wow 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 das war jetzt oh das war jetzt aber das war jetzt aber fies dass der jetzt genau da gespawnt ist oh das gibt's doch nicht naja gut dann müssen wir zumindest schon mal jetzt ansatzweise wo wir hin müssen so so also da war das hier die Aktion dann war er hier genau ich hab im übrigen auch noch keinen einzigen Diamanten gefunden werden sich wahrscheinlich irgendwo verstecken in der Dunkelheit ja bevor ich da jetzt aber großartig suche würde ich erstmal den Magmaanzug anziehen ja ja so jetzt müssen wir aufpassen jetzt kommt wieder da oben die das flotte Bienchen das wieder mit Wasser rumschießt ja war ja klar und das ist natürlich da unten alles abkühlt da ist ein Diamant gewesen ich wusste es doch na aufmachen noch einen Diamant irgendwo ich meine einen bisher nur gefunden natürlich nicht so schön ich frage mich gerade wo noch einer ist Hilfe 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 ah ok äh da müssen noch zwei Diamanten in diesem Bereich sein in diesem Level ok ja vielleicht irgendwo drin hier ah ja ein Bonusraum wer hätte das gedacht aber keine Diamanten doch da war einer ein Diamant hatten wir mehr war das auch sonst nicht das ist aber sehr merkwürdig das ist nur ein Diamant das naja so wo war der Ausgang da war der Ausgang zack an oh noch ein noch ein geek na das ist n das ist das ist ja ok Situation so ein bisschen gewöhnen, so mit dem Licht und Schatten, das ist so remo He hëF tand 컨 Per Sonne Danse Neue. Neue Herausforderung Uuaalala Halalala Hirs licht ist licht hallo wie ist licht Aha Hä? Wieso lässt das denn funktionieren? Das kann doch... Das kann doch gar nicht funktionieren. Hä? Da geht es ja nie lang nirgendwo. Das bringt doch gar nicht. Ah, ja, 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 ja. Wow! Was für ein Stress. War das überhaupt jetzt so richtig? Ich weiß es gar nicht mehr. Ah, da ist einer mit ein Pferdchen. Wie kommen wir denn da hin? Ach, von da? Äh, der Alex! Ich sag dir, es gibt... Ähm, Entschuldigung. Ich sag dir, es gibt immer noch, äh, ganze Berge unterdeckter Reichtümer, unentdeckter Reichtümer, die in diesen Ruinen versteckt liegen. Ich habe so viel riskiert, um hinterher, um hinterher zu gelangen. Und jetzt gibt es kein Weg zurück mehr. Sobald ich es mit meinem Reichtum nach Hause geschafft habe, bin ich hier der reicheste Mensch des Universums. Ja, wenn er da mal sich nicht zu früh freut. Der reichste Mensch. Da ist aber ein Up, ein Up, ein Up, ein Up! Wo ist das ein Up gewesen? Wo war das? Äh, da war doch irgendein so ein One-Up-Ding. Ja, ist es weg. Äh, wo war der Ausgang? Hallo, 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 hallo. Da war der Ausgang Tschüss So Mein Gott, gibt's doch gar nicht Ist ja der Wahnsinn Ich glaub ich hab den gerade gar keine Diamanten gesammelt Kann das sein Manchmal sollte man einfach diesen Lavastrom einfach mal dabei belassen Wo ist, glaub ich Oh nein Jetzt sterbe ich hier auch noch Ist hier unten irgendwie was? Ja, hier ist ein Bonusraum, sehr schön Ich wusste es Aber Ich muss erstmal so ein bisschen orientieren Wo es hier lang geht Zwei Ausgänge, kann das sein? Ah ne Zwei nicht abhängig Obst den die wir aktivieren müssen Uah, uah, lass los, lass los, lass los, lass los, lass los, lass los Ich würde sagen, das Ganze hier verschieben wir einfach in einer nächsten oder weiteren Folge Lass mich los, lass mich in Ruhe In einer weiteren Folge Pixel Junk, Shooter Ultimate Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid Also, mach's gut, ciao